ja so hallo an alle P&J Fans zum heutigen Let's Play Moment Ton leise machen Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot ja ich werde diesmal ein längeres LP machen ähm Briefkosten ach so also egal ähm ach so ich muss zum Donnerberg ähm ja ein längeres LP machen ähm weil ich Lust dazu hab einfach Pokémon Mystery Dungeon zu suchten und Moment ich hab schon wieder die falsche Taste geklickt natürlich Hone Leo nehmen wir mal mit ins Team nee Team Hone Leo ist Level 8 naja und da ist es auch schon besiegt das war sehr 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 hilfreich naja lästig wird's dann ich weiß nicht gibt's in dem Spiel überhaupt schon Belebersam denk schon oder lästig wird's dann wenn man Belebersam hat und in seinem Team ist ein total schwaches Pokémon und das wird dann besiegt und nimmt dann Belebersamen und dann regt mich das immer so auf bei Erkundungsteam Zeit ist das der Fall er Erkundungsteam Zeit ist ja praktisch die der zweite Pokémon Mystery Dungeon ähm nur dass die Story sehr viel was bin ich jetzt besiegt? okay ähm nur dass die Story sehr viel weiter ausgebaut ist ähm ja wie heißt hier eigentlich die Stadt Pokémon Platz toll kaufen ich hab eh null Geld aber ich will nur schauen ja es würde Belebersam geben kaufen was gibt's hier nur lästige Orbe ähm ja verkauf ähm Goldkommi nee ähm was können wir denn noch verkaufen nee so wer wohnt nicht hier niemand okay kann gar mal im Lager nehmen habe ich überhaupt schon was gelagert nee und was macht das hier ich kenne mich hier bei dem Spiel gar nicht aus um sie um ich kann man attacken verliebten Link zu Kluge Metallklau hat sich doch mal ganz gut an und hier und die sind schon verlinkt oder wie nicht nicht passt so und wer wohnt hier kann man auch mal reingehen hm keine Ahnung was ist hier ist es die Bank Snowbeleak hat hier die Bank die ist beim zweiten hat die zwölig nicht mir knuddel 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 club ähm kaufen sind das jetzt da partner zusatz dann schon so oder wie muss erstes die 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 Nur 2 des Nieders istjun Olbster ich sehe sie leiten sind erklärt Halt Prozent Jobliste hier kleine Lundsweig ist nun jetzt noch mal ich meine das haben wir in nun kommen X und dann haben auch schon die Zieleben erreicht was müssen wir überhaupt machen anderes Missionsziele Rette Visor okay das ist kein Visor das ist ein Sonnenkirchen das ist stopp 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 Halter lass dich doch ich habe es ja wenn ein Pokémon retten muss und man kann nicht gucken kann es nicht anreden wer bitte verlassen ja gehen Sprechen durch werden das finde ich auch gut ist immer wenn man schläft schlafen schläft dann gleich speichern tut Pile per Posto aber jetzt gehen wir einfach mal hier zum Donnerberg so ich habe jetzt hier meine fixierten Attacken schauen wir mal er hat das ist sehr stark ja m m m m m m was braucht man vorher eigentlich ruft Gumi oder Gumi oder Gumi ist dann für Kampf oder wie m 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 ein Kleinkiesel und Jürgen Kienbrüller und ich denke ich schleich mich einfach mal zur Treppe ich freue mich hier schon irrsinnig auf den Kampf gegen Zapdos umgehen genau Gumi Blaugummi ist auch noch ein bis sie dann schon zwei so eine Sache das ist wirklich weil da bekommt man ja dann Manafi ach jetzt habe ich das eingeladen ich wollte es ablehnen durch den Speed habe ich aus Versehen einmal zu oft geklickt egal hat man ja einen Manafi und das will dann Blaugummis und ich habe ewig gesucht bis ich mal ein Blaugummi gefunden habe das war so richtig richtig schlimm dann habe ich Gott sei Dank auch zwei auf einmal gefunden weil man braucht ja zwei und hier habe ich auch gleich zwei vor allem Blaugummi kann man ja auch mit Azurgummi verwechseln der Azurgummi ist ja auch blau so oh oh gehen wir doch mal zurück naja ich habe hier nichts zum Aufladen also das ist schon eine Sienelbeere hier oder keine Sienelbeere egal bei Erkundungsteam Zeit habe ich immerhin Erholung und mein Partner hat Synthese äh was vorteilhaft ist das habe ich jetzt hier nicht und ich denke auch nicht dass Glumann da so eine Attacke lernen kann bei der sich die KP wieder auf laden und ich bin im Level gestiegen jetzt bin ich also Rang 14 dann und ich irre hier herum und da ist auch die Treppe E4 ich würde mich ja interessieren wie tief der Donnerberg hier ist und dann gegen Zapthus soll man das schaffen oder wie okay hm oh meine linker Taken haben bald keine AP mehr und dann lösen sie sich einmal kann ich es noch einsetzen ja dann setze ich äh ja dann ähm setze ich Elixier ein weil es mir einfach egal ist ja ich habe hier noch mehrere Elixiere so und ach nee da waren wir schon hier hoch und hier muss da jetzt irgendwo mal die Treppe kommen dann da gibt es doch nicht hier ist die Treppe der Magenknot äh stopp Faltertaste hier items Apfel essen weiter Donnerberg E5 gold gold band das bringt sehr viel kohle oder einiges 2000 glaube ich ähm und da ist die Treppe also gold band brauche ich jetzt auch nicht dringend ist mir ehrlich gesagt egal ist mir ehrlich gesagt egal ein Darm hier Plex und hier geht's weiter ich hasse es so Sackgassen hier und da ist die nächste Treppe und hier gehen wir entlang und da ist ein Elektrik also es wird schon immer elektrisch ja okay hier war ein Scoreglar das ist nicht gerade Elektro das Flugboden glaube ich ist die seltene Kombination Flugboden und Jack ist Level 16 ja ist mir immer noch zwei Level voraus aber mein Gott macht doch nichts Attacken hier einmal kann ich Metallklar noch einsetzen E8 ja ich würde jetzt gerne wissen wie viel es sind erkundige ich mich normalerweise dann und jetzt haben sich die Attacken gelöst oder? nee noch nicht aber ich löse sie jetzt einfach so weil es mir jetzt einfach egal ist weil es nervt ja auch wenn dann die ganze Zeit die AP leer sind und ich immer wieder Elixieren setzen muss bringt es sich doch nicht Apfel essen so Zinnelbeere das ist auch schön also ich habe keine Ahnung wie stark jetzt Zapdos ist ich gehe mal davon aus dass es stark ist ja so Kratzer haben wir jetzt fixiert weil Metallklar und Glut keine AP mehr haben und das Vieh hier können wir besiegen und Bibor war jetzt vorher natürlich sehr effektiv aber ich habe keine AP mehr dann lasse ich mal schön das Pikachu kämpfen weil ich keine KP mehr habe so und jetzt das ist meine Taste aus der Tastatur rausgesprungen musste ich sie wieder eindrücken darum bin ich jetzt komisch rumgelaufen wieder ein Darmhirplex und eine Attacke und es ist Schockwelle das ist schön denn Jack kann die lernen und kann man jetzt nur zwei Attacken auf einmal verlieren oder wie sollen die Link Attacken vergessen werden auch die ausgewählt ja mein Gott kann ich jetzt auch nichts machen außerdem ähm ähm wenn wir jetzt schauen Attacken ja ähm Donnerschock ist jetzt auch nicht so die beste Attacke und jetzt hat es hier ja Schockwelle extra und Donnerwelle und Ruckzuckieb immer noch zusammen um all so Donnerwelle und Ruckzuckieb ist ja immer noch gut also jetzt paralysiert der Gegner und es gibt Schaden und wo ist denn jetzt hier die Treppe gibt's hier überhaupt noch Räume oh oh ich lass dich mal lieber wieder kämpfen nein Jack ist kampfunfähig nee kein Notruf egal ähm ich werd jetzt erstmal schauen wie tief der Donnerberg ist welches Level das zappt das ist und dann sehen wir uns gleich wieder so ich hab jetzt also rausgefunden dass der Donnerberg hat 10 Ebenen und dann gibt's nochmal zwei zusätzliche Ebenen also Donnerberg Gipfel oder wie auch immer das ist ja oft so dass es da noch zusätzliche Dings gibt und ich versteh nicht warum nur Hornlius in mein Team wollen wirklich jetzt schon drei Hornlius und jetzt sind wir hier wieder nur zu zweit aber andere Teamkollegen sind eh nicht so stark ich geh nur im Weg um nein Schmarrn aber was mich auch immer nervt ist wenn also bei Zeit ist das so ich bin da ein Plinfa und ja Plinfa kann ja über Wasser gehen und mein Partner Endivier der kann nicht über Wasser gehen und darum wird man dort immer getrennt ständig und weil es ja vor allem dann zum Ende hin viele Wasser Dungeons gibt oder Eis Dungeons dann jetzt bin ich schon wieder tot ähm wird man natürlich sehr oft getrennt und das nervt dann immer wenn Endivier also mein Partner ähm irgendeine Attacke einsetzt oder angegriffen wird dann wird die Sicht immer zu dem geschaltet und man muss immer ewig warten bis man wieder weiter gehen kann und Endivier hat dann auch Synthese und wenn jetzt Endivier nur noch ein einziger KP fehlt also wenn es jetzt 99% der KP's hat dann setzt es immer trotzdem ähm Synthese ein und dann wird immer sieht man immer Endivier wie es Synthese einsetzt und ich kann immer nicht weitergehen und das dauert immer so lang und das ist eben sehr oft so weil ich immer sehr oft im Wasser gehe und das nervt mich dann schon so hier ist ein Orange Gummi ein Orange Gummi und und ich hasse und liebe solche langen Gänge gleichzeitig ich mag sie eigentlich wenn man da in die Räume kommen oder so aber das ist jetzt wirklich richtig lol also ganz ringsum geht ein Weg drumrum um das Innere und kein einziger Raum der den Weg unterbricht und hier es tut sich ja ja ok das ist ja Boden des Gorgler und somit nicht einfach für Pikachu aber es hat es gemeistert es ist zwar Bodenflug und Elektro ist dagegen flug effektiv aber wenn es Boden ist dann ändert es nichts denn man muss sich das so errechnen praktisch Feuer gegen Pflanze äh sagen wir mal Feuer gegen Elektro natürlich kein Typenvorteil aber auch kein Nachteil also 100% Schaden also normal halt normal ganz normal ähm und Feuer gegen Pflanze ist ja sehr effektiv und das bedeutet dass es doppelt so viel bringt wie normal also 200% gegen also Feuer gegen Feuer oder auch Feuer gegen Wasser ist nicht sehr effektiv bringt 50% nur also nur die Hälfte vom normalen ähm und wenn es jetzt so ist also zum Beispiel Elektro gegen Boden was gar nichts bringt dann ist es eben Null und wenn jetzt ein Pokémon zwei Typen hat also zum Beispiel jetzt eben wie Skorgler Flug und ähm Flug und Boden dann dann muss man einfach Flug und Boden miteinander multiplizieren also als wenn jetzt Pikachu ähm gegen Skorgler kämpft also gegen Flug wird es doppelt so viel bringen also 200% also 2 aber weil es ja auch noch Boden ist ähm und Elektro gegen Boden Null ist rechnet man 2 mal Null und 2 mal Null ist halt Null und nicht 2 oder 1 und wenn jetzt aber zum Beispiel äh Glumander gegen Loturzel eine Attacke einsetzt Loturzel ist ja äh Wasser und Pflanze dann wird es 2 mal 1 halb sein und das ist 1 also ganz normal und was auch geht zum Beispiel ich weiß jetzt nicht ob es die Kombination gibt aber wenn ein Glumander gegen ein Pokémon mit Typ Wasser Stahl kämpfen würde also Feuer gegen Wasser äh ne Pflanze Stahl Feuer gegen Pflanze ist sehr effektiv und Feuer gegen Stahl ist auch sehr effektiv dann 2 mal 2 ist 4 ist der auch so bei ich glaub Erdbeben gegen ein Panferno oder so weil ich glaub das Boden gegen Feuer und Kampf sehr effektiv ist ich bin mir aber nicht mehr sicher ja jedenfalls hoffe ich habe das System jetzt verstanden falls nicht schreibt es in die Kommentare dann verlinke ich einfach einen Link zu einer berühmten Pokémon Enzyklopädie in der das beschrieben ist ich will hier jetzt keine Werbung machen so Pikachu du machst dir dieses Damiaplex kaputt und jetzt sind wir im E7 also zunächst gibt es mal 10 ich denke mir danach gibt es da so eine Kangama Statue bei der man speichern kann hoffe ich zumindest was habe ich jetzt schon wieder keine AP mehr nee dann setzen wir einfach Loot ein dann Damiaplex ja du kannst gern ins Team du bist oh ich bin Level 15 jetzt endlich auch mal Team Damiaplex ist Level 9 naja das ist nicht so gut aber was erwartet man denn hier dass hier Level 100er gibt oder so naja die müsste man auch erstmal besiegen damit sie zu Ende ins Team kommen also lieber ein Level 8er als ein Level 100er würde ich sagen und jetzt weh du stirbst Pikachu so so das hat auch noch schön gebrannt und Pikachu macht dieses Gorgler kaputt und hier ist ein Graugummi Graugummi ist glaube ich für normal gut wenn mich nicht alles täuscht ich weiß es nicht das war jetzt einfach nur geraten und jetzt bin ich tot aber das Schöne ist ja dass ich hier nein keine Rettung keine Rettung das Schöne ist ja dass ich hier einfach nur abklicken muss und nein nicht Kleinheit ach scheiß drauf dann machen wir hier halt mal ich kann hier alle Pokémon mit regulärem Angriff einfach so besiegen Training schadet ja nie bekanntlich wird es interessant wenn ein Monsterraum kommen wird wenn ich das schaffen würde was ist was Monsterraum habe ich noch nie besiegt sozusagen ich habe nur mal mit einem Airstar-Orb alle einfrieren lassen und mich wegbeamen lassen und dann mit dem Appell-Orb meinem Teamkollegen zurück auch mitgeholt und einmal wenn ich mit einem Wupps haben wir genau neben die Treppe gekommen dann habe ich das einfach gemacht so kann man den ähm Monsterraum schon äh trotzen also zum Beispiel mit einem Airstar-Orb und dann muss man halt noch weil Airstar-Orb da werden ja alle Pokémon im Raum äh sozusagen ja erstarrt so lange bis es angegriffen wird da muss man dann einfach weil der Teamkollege greift ja die eigentlich von selber an dann muss man einfach da haben hier Plex da haben wir noch einen Damien Plex toll egal ähm da muss man hier einfach auf Team und dann hier auf das Pokémon das man eben will attacken und jetzt hier wechsel also dann kannst du das nicht mehr einsetzen so zumindestens bei Zeit ähm ja und das kann man halt dann machen und dann bleiben die alle erstarrt bis man sie angreift und dann braucht man sie halt einfach nicht angreifen oder man kann auch jetzt also eins nach dem anderen angreifen und dann wieder Beere einsetzen oder so und dann wieder das nächste angreifen das würde theoretisch ja auch gehen oder wie gesagt mit dem Warp-Samen sich wegbeamen und dann vielleicht noch entweder nochmal einen Warp-Samen an seinem Teamkollegen geben oder einen Appellorb damit der damit sein äh Partner auch hinterher kommt oder wie es noch gehen würde man geht dann einfach durch die Treppe oder man setzt diesen Orb ein der durch Gleitshöhe Treppe beamt ähm ja geht alles geht alles und jetzt lass ich mal lieber euch hier kämpfen weil ich sonst sterbe und ich will jetzt nicht nochmal sterben ich will jetzt hier endlich weiterkommen es ist praktisch ja unterm Gehen laden sich hier die KP auf und hier kann ich jetzt einfach hin und her laufen meine Teamkollegen machen dabei die Gegner kaputt die hier aufkreuzen und ich habe wieder volle KP und jetzt trickst mir hier das P-Ball schon aus und jetzt kommt das nächste und jetzt ist es wieder da und Pulif-Samen Beleber-Samen wäre besser aber hm nicht zu hohe Ansprüche stellen und jetzt lass ich wieder Pikachu kämpfen das andere Vieh hier schon wieder tot und Items jetzt fresse ich hier mal nicht Ah Eroass das kann ich bestimmt eh nicht lernen das wärs oder ja ne ernsthaft Alter ich kann Eroass lernen das freut mich ich hab's jetzt vorhin absichtlich nicht versucht weil ich mir gedacht hab geht sowieso nicht hat zwar nur 8 KP aber das ist ja schon eine gute Attacke eigentlich und lol okay bei Glurak ist es ja noch verständlicher aber ich bin ja noch ein Glumander ja mein Gott wenn's eigentlich was lernen kann ist nicht mein Problem also wieso soll's auch mein Problem sein und die fixierte Attacke kann nicht eingesetzt werden und jetzt muss ich also Eroass einsetzen und Pikachu macht hier dieses Biber hin hoffe ich hoffe ich ja gut und hier geh ich wieder außen rum schwindelig vor Hunger ich hab gar nicht mitgekriegt dass ich Hunger hab Pfehl essen ein wenig gefüllt ja ganz voll nicht aber notfalls kann man ja auch noch Bären oder so essen ähm hier im Moment wo geht's jetzt noch lang hier kann man so schlecht erkennen weil die Höhle auch weiß ist und da ist die Treppe und da steht ein Score klar drauf und jetzt immer da E8 also nur noch zwei ähm und dann sind wir bei der Zwischenstation und dann gibt's nur noch zwei und da ist dann auch das Zapdos nicht weit und es hat 300 Lebenspunkte so ich lass jetzt nicht mal hier kämpfen ich hab nur noch Kratzer und das Risiko dass ich hier jetzt darum verliere gehe ich hier lieber mal nicht ein warte auf mich du so Treppe wäre jetzt auch mal was netteres mit ich hab hier gar nix ne das macht mir sehr viel schaden wie man hier erkennen kann äh irgendeine Bären nix 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 und benutze die himm hier bite nix und ich bin wieder im roten Bereich gewesen. Jetzt schon wieder draußen hier, Gott sei Dank. Ach, wo ist denn hier die Treppe? Wenn man von Teufel spricht. Und ein Voltenso. Das machst du hier, liebes Pikachu. Oder? Lass dich hier ja nicht Boot machen. Setzt doch nicht immer Donnerwelle ein. So, machst du hier wieder? Okay. Das läuft hier sogar davon. Oder wir laufen davon. Nein! Nur noch eine Ebene. Wär's gewesen. Nun ja. Das würde ich jetzt aber schon noch schaffen hier. Und es zappt es. Naja, ob man das besiegen. Das ist die Preisfrage aller Preisfragen dieses Zapptus, der legendäre Vogel. So, ich... Hallo? Fixier hier jetzt mal wieder Clou... Metall, glaube ich. Halt, so. So, machst du das alleine oder soll ich dir helfen? Ich helfe dir. Und ein Taubiger. Und ein Taubiger. Und ein Taubiger. Wo geht's lang? Hier. Und hier ist die Treppe. Und hier ist wieder eine Treppe. Das finde ich immer so lustig, wenn man immer neben der Treppe gleich gespawnt wird, sage ich jetzt mal. Gespawnt. Ähm. Das am besten noch ein paar Mal hintereinander. Das ist dann schon immer... Nice. Und jetzt bin ich gut. Nein, nix Rettung hier. Fuck you. Donnerberg. Mal wieder. Und... Wow. Habe ich mich jetzt hier durchgeschlängert. Jetzt bin ich vergiftet. Geh mir einfach so die Treppe, dann ist es eh weg. Und... machen wir ja alle put. Und hier hoch. Und hier durch. Und... das mache ich mal put. Und das lasse ich mal dir. Darfst du machen. Darfst. Ist dir doch eine Ehre, oder? Oder nicht? Mach's lieber ich. Oh, oh. Dieses Gift hier, das finde ich böse. Hallo. So. Du besitzt keine Items. Bring mir das hier was. Nee. Oh, fuck you. Das wird jetzt knifflisch. Top-Elixier. Das brauche ich jetzt nicht. Dringend. Oh, jetzt bin ich gleich tot. Jetzt bin ich gleich tot. Und... Bin ich tot? Ja, bin ich tot. Notruf. Jetzt habe ich wieder diesen Kack. Notruf hier gesandt. Scheiß auf den Notruf. Scheiß auf den Notruf. Notruf. Wirklichen Notruf sollte doch immer gleich kommen, wenn man ihn anruft. Aber... Hey, Pokémon, das war das bei mir noch nie so. Hm, woran liegt das hier wohl? Die Pokémon-Polizei. So, Statuswerte wieder normal. Und dann geht's weiter hier in Nido... Äh, äh, in Nidorina. Gegen Nidorina. Im Donnerberg. Warum eigentlich nicht Blitzberg? Oder... Statische Laufladung in den Wolkenberg. Elektrizitätsberg. Regenberg. Hagelberg. Schneeberg. Äh... Sonnigberg. Graupelberg. Was gibt's denn noch für Niederschläge? Naja, ist mir jetzt eigentlich egal. Eisregenberg. Okay, das war jetzt überflüssig. Aber egal. Ganz egal. Das stinkt mir beim Arsch vorbei. Und ich bin level up, level 16, aber Jack ist mir natürlich noch überlegen. Was von Anfang an so war und kommt man ja auch nicht hinterher, weil das Ding bekommt ja auch EP, wenn ich Pokémon besiege. Umgekehrt natürlich auch. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier eigentlich immer stärker ist. Liegt es daran, dass ich immer regulär Angriff eingesetzt habe? Bekommt man dadurch weniger EP oder ich... Ich weiß es ja nicht. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. So, hier ist noch ein Raum und hier ist auch die Treppe. Und... Komplex. Und... Ein... Amp... Voraus. So, okay, bin wieder da. Jetzt ist gerade das Aufnaheprogramm abgestürzt und ich musste die Aufnahme neu starten. Darum bin ich jetzt wieder hier. Und wie immer habe ich wieder vergessen, was das vorherige Thema war. Aber... Egal. Es hatte bestimmt etwas mit Pokémon Mystery Dungeon zu tun. So viel konnte ich mir noch merken, glaube ich. Oh ne, jetzt haben wir wieder ein Darmierplex hier. Ne, das nennen wir Darm... Da Side-Tags Nradas Nicht denn hier piepselnn. Surprise-Roch 1 So. Genau. Bezidieren Hmm. Zwei 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 wie ist so lange dann als zu okay dann halt so das geht auch der Name ist auch in Ordnung alle sehe ich gar keine RP mehr hin Kratzer Kratz Kratz das ist ja wahrscheinlich regulärer Angriff noch besser oder müssen wir mal ausprobieren der Magenkurt ich höre gar nix ich höre Bodo Bum Prozent okay Goldgummi der fügt den Magen immerhin etwas oder ist er ganz gefühlt ich weiß nicht vielleicht hat Goldgummi hat er so ne Spezialfähigkeit so jetzt schauen wir mal regulärer Angriff bringt 15 und Kratzer Jagd Kratzer bringt wesentlich mehr Kratzer man denkt eigentlich immer dass Kratzer die total schlechte Attacke ist was wohl daran liegt dass die Attacke ist die die meisten Pokémon eben am Anfang oder viele als erster Tag überhaupt zu dazulernen ähm genauso wie Teckel oder auch Pfund oder ich glaube sogar dass Blindfer zuerst Schnabel lernt ich bin mir nicht sicher also traue ich mich nicht darauf zu wetten komm mach's put jawohl und da ist wieder ein Damienplex was oh 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 Polysamen bringt rein nein nein nicht werfen Boden Info Nahrungsmittel zerstörerische Flammen spucken toll das kann Glumander mit Glut auch aber Glut hat keine AP mehr halt 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 falsche Taste Nein, da kommt ein Damier-Blicks, das macht mir so Angst. So, Items, das Ding wollte ich hier essen. Und jetzt habe ich hier Schiss. Polisamen. Essen. Nein. Jetzt habe ich wieder den Notruf hier gesandt. Frett und verzichten, jawohl. So, und springt mal wieder herunter, ich muss hier mal den Ton wieder leise machen, mir ist übrigens aufgefallen, dass beim ersten Teil, also bevor das auf ein Programm abgestürzt ist, habt ihr bestimmt gesehen, war, ist, ähm, hinter, also beziehungsweise, ja, hinter meinem Emulator, war noch die Tonsteuerung, wie auch immer man das nennt, dieser Lautstärke-Mixer, geöffnet und da war irgendein Bug oder so. Also immer, wenn ich eine Taste geklickt habe oder so, hat es den in den Bildschirm reingepackt. Und so seht ihr jetzt also immer dieses Ding da. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Ähm, nun ja, hoffe ich. So, und jetzt ist, hat es da wieder ein neues Ding gespawnt hier. Ach, komm. Pikachu muss wieder sämtliche Gegner angreifen. Sag mal, aber geht's nicht lang jetzt? Oh, Jack ist Level 18. Level 18 schon, ich bin 16. Das ist, nun ja. Ach, wo ist denn jetzt hier die Treppe? Hier. Ach, hier, so. E3 sind wir jetzt erst. Ich will das jetzt unbedingt noch schaffen, das kannst du mir glauben. Oder könnte mir glauben. Das will ich hier jetzt noch schaffen. Und da ist die Treppe. E4 haben wir. Und nochmal eine Treppe E5. Und, ah, ich liebe das bei Pokémon-Massi-Dungeon zu speeden. Wenn ich das sonst immer aufreg, dass ich nicht weiterlaufen kann. Weil immer noch irgendwer angreifen muss oder so. Darum finde ich das hier cool. Dass man auch schneller laufen kann. Und da ist die nächste Treppe. E6. So, jetzt müssen wir das hier aber auch mal schaffen. Also, den Donnerberg will ich jetzt hier noch abschließen, inklusive Zapdos. Und das hier machen wir bot. Ich weiß nicht, ob ich das aber schaffe. Das Zapdos könnte schwierig werden. Denn ich habe ja auch keine Beleber-Samen und, ja, Silbeeren. Ich weiß nicht, mindestens eine habe ich. Die habe ich ja gerade mitgenommen. Ob das genug sind, weiß ich nicht. Hoffe ich mal schon. Und ist hier die Treppe? Ne, das war dieser Stein da. Der hat ausgeschaut, wie die Treppe der Magen knurrt. Der Hund knurrt, der Magen knurrt. Apfel, jetzt haben wir ja auch einen Apfel hier, so. So, wir gehen einfach nochmal durch. Dam-Hirplex. Das habe ich schon wieder fast keine Api mehr hier. Ist auch schon vorgekommen, dass ich mich dann mit Verzweifler selbst besiegt habe. So, ich lasse das hier mal über dich kämpfen. Nein, boah! Und dann war es auch noch mein Partner, der kampfunfähig war. Ach Mist, ja, habe ich das Biber gar nicht. Nein, nicht Klein-Hein. Naja. Es hat ja nur drei Dings hier, oder? Drei und ich mache alles nur mit regulärer Angriff. So, und da ist die Treppe. Alter! So, und das war es auch schon so. Spannern, ja, bla bla bla. Sogar der Speicherfahrung wird gespeedet. Wie das funktioniert, weiß ich auch nicht, aber... Ah, haben wir wieder Pokémon ausgetrickst. Das ist immer so, wenn zwei Wege zum gleichen Ziel führen, so wie hier. Und hier kommt ein Gegner rum, gehe ich einfach hier rum. Und schon hat man das Hornlio ausgetrickst. Okay, oder man macht es wie Pikachu und ich bringe es trotzdem um. Oh, eine Link-Box. Ich weiß gar nicht, wer macht denn die Boxen eigentlich auf? Muss man die selber aufmachen? Oh, ne, ich weiß nicht, was wir machen. Ich weiß nicht, was man da tut. Mit die Attacken kombiniert. Und gelöst. Ah, das ist ja cool. Das ist ja so, ich weiß nicht. Das können... Zwei oder mehr Attacken können mit den anderen verbunden. So, ich weiß nicht, dass man den Angriff auf den Angriffen verständigt. Aber das ist ja klar, aber das ist ja auch nicht. Und dann wird man schneller hungrig. ja deswegen habe ich immer so Hunger bekommen auch darum da verlinkt man es lieber nimmer dann schon mal aber nicht immer jetzt gehen wir mal vor allem schütteln und wieder so eine Linkbox zu untergleichen schon drehen zwei jetzt und davor hat man auch schon mal eine gehabt aber die ist direkt wenn wir verloren haben auch nicht immer noch hier Kratzer fixiert aber das macht ja auch nix das ist ja auch eigentlich besser wenn man die guten Attacken erst also sich für später auf eben tut aber jetzt sterbe ich hier gleich das ist nicht nett das ist nicht nett Biersi Speere die tut doch Dingssen oder Vergiftung ja perfekt oder was steht da Giftstattes oder Schwervergifte was ist denn da denn der Unterschied so mampf mampf so und dann futtern wir noch eine Sinelbeere hinterher und hier lang und da ist wieder eine Sinelbeere und hier ein Hornlio Hornlio ne du kommst nicht mit so Pikachu wie du verlierst komm gegen das Hornlio das muss doch gehen jawoll und wo geht's hier lang hier geht's irgendwo lang und hier ist die Treppe und hier gehen wir hoch so E4 und hier schleiche ich mich vorbei Alter weh das verliert jetzt hier oh puh ähm und hier nehmen wir das mit Scheiß auf die Kohle ja ich scheiße auf die Kohle also dann würde ich das Geld nicht mehr annehmen wenn da drauf gekackt ist nun ja alter Pikachu wie du machst hier irgendwelche Niederlagen ne ja ah oh oh das schafft es glaube ich nicht ja nein wir werden sehen doch das ja das ist ja flug das muss doch eigentlich gehen mit Elektro und das tut es dann auch und das nächste Fisch ah Pikachu hat es schon schwer aber das ist ja auch die Treppe und da bin ich in der Treppe E5 jetzt tun wir aber hier halt 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 Attacken in der Glut hier fixieren so gerade seit ich ihnen noch zwei und das ist wieder so eine Linkbox die glauben wir glauben wir doch gleich mal auf so und ein Damienplex das war Mauchbutt und Münzen und hier lang und hier entlang und dort und dort und dort und jetzt hier runter und hier ist eine Single Wehre und hier ist ein Taubburger und hier ist eine Elektrik und wo waren wir noch nicht? Ah da oben hier und das ist auch nichts und ich bin Level 17 der Markknoll hat und hier und da ist die Treppe Entschuldigung dass ich dich geweckt habe aber ich lass dich leben und die Siemelbeere mitnehmen und hier ist eine Attacke Schockwelle aber das hat ja Pikachu schon und ich kann sie leider nicht lernen leider leider das wäre eine gute Attacke die sofort annehmen und schwindelig vorhungern lassen wir mal hier einen Apfel völlig gefüllt echt jetzt diese zweiten nicht so da gibt's da noch einen großen und einen perfekten Apfel und der normale Apfel füllt nur ein bisschen nun ja das scheint hier anders zu sein stimmt mir ist auch noch nie ein großer Apfel hier glaube ich untergekommen wenn ich mich nicht täusche da achte ich eigentlich nicht so drauf aber ich glaube da war keiner und hier gibt's wieder so einen ewig langen Gang drumrum hier und kommen auch dann selten Puckern bei so einem langen Gang weil eben alle irgendwie im Kreis laufen und hier ist wieder nix und hier Siemelbeere jawohl und Stamirplex fixierte Attacke kann nicht eingesetzt werden Metallgleich fixieren und Einsatz und oh mach du das mal lieber Pikachu oh oh fuck mach du das bitte wie schlecht muss man sein es hat sogar noch gegen dieses Viech verloren dann halt nochmal ich würde gerne wissen zum wieviel Mal ich das jetzt hier mache muss ja tierisch langweilig sein dieses LP aber es soll ja ein super LP sein also ich dauere ewig lange und keiner schaut sich's an LP aber ich habe angekündigt es soll ein extra large LP sein oh ja so nenne ich's extra large LP ok so und da ist die Treppe Pokémon Mystery Dungeon die Suche nach den Treppen und hier und da und oh ein Fritzlblitzl Taubuch Taubuch auch meine Taste ist schon wieder oh oh so nein oh Entschuldigung meine Taste da Tour ist bisschen komisch da springen immer Tasten raus eigentlich ist es nur eine aber es ist immer die Pfeil nach oben und Taste darum das nervt mich immer beim FIFA 14 Spiel wenn ich nach oben laufen will und dann ist die Taste draußen oder auch wenn ich nicht nach oben laufen will dann muss ich irgendwie die Taste wieder rein machen und muss darum dann immer nach oben klicken also sucht drauf bis es wieder reingeht und dann lauft der Spiel nach oben obwohl ich gar nicht will und dann mit Pech ist der Ball im Aus und dann Pech gehabt ja und Metallklar hat schon wieder ah keine Dings nein nicht Info fixieren und einsatz Metallklar hat schon wieder keine RP mehr und hier sind B-Bo und B-Bo das ist in den Spielen eigentlich immer ganz harmlos und in den im Anime ist es wirklich schrecklich wenn mal ein B-Bo da ist weil die immer so böse sind okay die kommen auch in einem Schwarm aber ja E7 und E8 jetzt schaffen wir es jetzt schaffen wir es okay das habe ich schon tausendmal glaube ich gesagt und wir waren ja auch schon in G9 G9 aha G8 aha G8 Gipfel in Moskau oder Sochi und jetzt ist er doch in London und Russland regt sich auf so und hier lang und hier lang und wir laufen im Kreis und hier hier und ein Darmherplex ach komm schon es gibt es doch nicht hier B-Bo er braucht denn schon einen B-Bo aber solche können noch ein Raum sein aber das ist keiner der Magenknurr deine Oma Knurr und Linkbox Siegel wäre sie nur eine Graukommik müssen so und hier und da ist jetzt Treppe die E9 und E7 jawohl oh aber wir haben es immer noch nicht geschafft wie und jetzt verlieren wir noch ich sehe es vor mir ich sehe es vor mir ich sage es euch ich sehe es vor mir jetzt gegen das Viech hier kann ich nicht gewinnen ja oh aber jetzt gegen das das Wolltenso verliert Check ich sehe es vor mir wow aber keine Ahnung ich glaube nicht dass wir das hier schaffen weil ich habe jetzt da schon ewig so so meine Taste ich so rumgetan und wir haben es geschafft und da kann man speichern ich glaube es nicht weitergehen so aber hier gibt es ja Gott sei Dank nur zwei Etagen soweit ich das mitbekommen habe hier gibt es Wasser oder würde es geben also gibt es natürlich schon aber da kann man ja nicht drüber gehen also ist es für uns praktisch so wie eine Wand und da ist die Treppe ich gehe da schon mal hin so wie zwei und es ist es dann auch schon gewesen kommt dann wahrscheinlich nichts mehr zum speichern weil sie ja praktisch das jetzt schon gewesen ist was E3 ach so ja E3 und jetzt ist das E3 der geteilt Hallo Zapdos wo bist du? Wieso nicht um dein Goolus zu retten komm doch an ich habe ich gewarnt mit Eindringling keine Gnade ich habe keine Angst jetzt habt ihr was lasst dein Goolus frei wir sind ein Pokémon Reto Team ich höre große Entschlossenheit also sie stellt durch meinen enormen Gerichten zu Alter nein die KP und alles bleiben sprich ich habe hier nicht die MCs Polysamen könnte man essen es war kein Gegner in Reichweite ich glaube ich spinne ja ah Menü Menü hallo Attacken Metallklar ist das effektiv oh ich sterbe gleich die und die KP stirbt auch aber wir sind ja hier und darum gehen wir gleich nochmal hier ich würde es jetzt besiegen ich schaffe es zwar wahrscheinlich eh nicht aber man muss es versuchen ne nicht aufgeben Prozent und der Geldrechte und 19 wird schon immer besser hier vor allem dass ein Level 19er Pokémon 19 und 17 ein Zapdos besiegt uns soll und ich hab auch schon wieder verloren egal das macht ja alles nichts denn hier kann man speichern Geld und und es ist eigentlich Stahl sehr wichtig gegen Elektrode Flug oder so Vukano mit Metallglaube kämpfen hier Vukano hier ich lass dich mal hier kämpfen soll das bestimmt auch was mein Partner ist tot nee der ist geflüchtet Feigling Feig Feigling tot und tot und gut erneut wird davon gelaufen bist du Arschloch so wir schaffen jetzt hier schon noch das wäre ja gelacht wäre das Prozent 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 vor uns sind so und hier lang und hier und hier lang will ich und Prozent jetzt machen wir wirklich so vor allem hier eben bett Pogu muss sie dann schon oder wenn ich ihn er wird im Ola Tour also gehen wir im Ola Tour auf dem Laptop spiele das biete ich ja immer und die Speed Taste ist ja die Leertaste und um die klicke ich immer mit meinem Daumen und der ist manchmal schwitzt echt manchmal der Daumen so Brutal weil ich eben so auf die Leertaste klicken muss und jetzt regt mich das hier auf Glut nix bringt gegen Fulkan und ja es bringt wirklich nix das absorbiert die Kraft dann so praktisch nur das Feuer also wenn ihr versteht was ich meine und da ist die Treppe und jetzt sind wir da aber jetzt haben wir wieder zu wenig Dingsis und um es bringt ich lauf davon sie werden essen komm schon lass doch meinen Armpartner echt unfair hier kann man leider nur speichern ok ich hab eh nix im Lager so das sind wir schon E2 jetzt ah das heißt hier sind wir dann gleich durch ja gut und wir haben noch alle KP oder ja gut ähm ich weiß jetzt nicht ich schaue jetzt mal nach welche Attacken effektiv sind also nix meine Attacken ist jetzt sehr effektiv irgendwie nur das Elektro eben äh also Dings würde ich jetzt nicht einsetzen naja du hast und ich tue jetzt mit nein jetzt habe ich die Linkbox nicht mehr ach fuck jetzt habe ich die Linkbox nicht mehr sonst hätte ich hier schon verlinken können aber bei Pikachu können wir hier die Attacken hier entlinken oder ah ne erst die sind ja gar nicht mehr verlinkt so dass das nur ruckzuck kipp einsetzt weil oder Donnerwelle geht auch noch weil Elektro ja nicht nicht viel bringt beziehungsweise stört doch eigentlich schon weil sie auch Fluges oder ok ich nehme alles zurück ich will nochmal umbauen da habe ich Mist verzählt schon und Items haben wir sonst nix so gehen wir näher hin und toll jetzt haben wir da auch gleich schon verloren und verloren war auch klar ne so und wisst ihr was jetzt bin ich echt faul jetzt bin ich mal so richtig faul und mach folgendes ach das hätte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen können aber ich war scheinbar zu blöd dafür was hat sich mich zuerst ach das war Brüller darum bin ich jetzt weg teleportiert worden so ich brauche jetzt ah fuck you ich muss jetzt weiter kommen ah Treppe so und jetzt die nächste Treppe und jetzt so speichern und habe ich eine Safe Datei erstellt so stopp erstmal muss ich noch alle meine KP aufladen fick dich ich so so hat Pikachu auch an ja gut dann sprechen wir nochmal hier halt steuerung ist sperren so und jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen also so so und gehen wir da rein Agilität oh und zack ach toll und laden wir das Spiel hier wieder so jetzt speichern wir es mal hier so aber jetzt schaue ich mal eins nach und zwar Glut bringt 35 und Metallkleur bringt tolles Fehlgeschlagen oder was Metallkleur ist nicht so effektiv nee das war nicht Metallkleur oder nee Metallkleur bringt 31 also Glut bringt sogar noch mehr aber auch nicht sonderbar viel aber nun ja es ist mehr und mehr ist mehr es sei denn es geht um das Meer dann ist mehr nicht mehr Glut ach komm Mann ey die trifft immer nicht und dann das habe ich denn hier eigentlich noch so ich besitze keine Items toll ich bin ich bin Info Reichweite direkter Gegner direkter Gegner Gegner vorne über Ecke also auch nichts oder wie die 3 3 v ich kann nur nichts machen und da hat den wir hier ich versuche es immer noch mal so jetzt kann ich hier eigentlich auch hier speichern oder auch hier perfekt und laden ach komm schon toll sterbe ich hier auch gleich jawohl ich glaub's ja nicht ich wollte schon aufgeben weil ich fast keine KP mehr hatte und Pikachu auch nicht ich wollte schon aufgeben ich schwör's ich wollte schon aufgeben und jetzt oh mein Gott und jetzt hab ich's auch geschafft Alter jetzt speichert ich bin ja erst mal hier so wo ist noch mehr, dann kann man ja genug, die kämpfe lang genug, ja das war knapp das also ich wollte wirklich schon aufgeben mach den jetzt morgens auf bla 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 warte mal das ist ein Pokémon, das sagt, das muss ich zu wissen das war das ich bin es geht ich bin durch das zu das ist nirg ich bin ich bin das war tut es kann in Zukunft blicken okay um 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 okay okay um herstellend werden müssen um um hier ja um 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 das ist mir die Fax mit uns zu tun ist es nicht das ist das sind die freige Menschen die Uhr das war es jetzt also erst mal von diesem xxl-part ich glaube ich bin 6xl-part extra macht sich schwul an xxl-part von Pokémon Mr. Dungeon ja der hat jetzt schon ewig gedauert insgesamt über eine Stunde sogar aber wir haben es geschafft mit 1000 Versuchen den Donnerberg bezwungen und auch Zapdos und da verabschiede ich mich somit tschüss bis zum nächsten Mal